Der Microsoft 365 Co-Pilot und PowerPoint, das ist eine längere Geschichte, es gibt aber gute Nachrichten, Big Update und ich zeige euch mal, was Neues hinzugekommen ist. Dazu habe ich mir jetzt hier auf meinem Mac Mini die Desktop-PowerPoint-App geöffnet, das ist wichtig, weil da bestimmte Funktionen jetzt mit verknüpft sind und ich erstelle mir eine neue Präsentation und nutze dazu aus dem Vorlagenkatalog einfach eine Vorlage, klicke hier rauf und dann bekomme ich halt hier mein PowerPoint eingezeigt und habe die Vorlage geladen. Mache ich deshalb, damit ihr eben seht, ihr müsst nicht immer mit Blank anfangen, wenn ihr eine Vorlage habt, könnt ihr die reinladen und dann nutzt der Co-Pilot beim Erzeugen der Präsentation eure Vorlage. Okay, ganz einfach. So, was ist neu? Hier oben ist der Co-Pilot-Button jetzt in die Folie reingerauscht und wenn ich hier raufklicke, habe ich hier verschiedene Optionen, die ich jetzt mit dem Co-Pilot machen kann. Einmal Präsentationen entweder direkt oder aus einer Datei erstellen, ich könnte auch Fragen an die Präsentationen erstellen oder da ich auf dem Mac bin und wie gesagt mein iPhone hier ist, kann ich jetzt auch noch auf mein iPhone zugreifen und dort Dokumente scannen, Zeichnungen hinzufügen oder Fotos aufnehmen, zeige ich euch auch gleich. So, was wollen wir machen? Wir wollen ganz einfach eine Präsentation zu einem bestimmten Thema erstellen und das habe ich schon mal vorbereitet, hier ein Prompt und zwar einen etwas ausführlicheren Prompt, sondern etwas, sagen wir mal, anspruchsvolleren Thema, damit wir hier nicht mit Mickey-Maus-Daten arbeiten müssen. Und dieses Thema heißt, eigene Dokumente an ein LLM anbinden mit Rack, Retrieval Augmented Generation, sieben Folien. Bitte auch Auswirkungen von Auf-, Vorbereitung und Strukturierung der Ausgangsdokumente auf die Qualität des Racks thematisieren. Das ist meine Vorgabe. Ich gebe ihm nichts weiter mit, das heißt, alles, was jetzt kommt, wird aus dem unglaublichen Wissensschatz von dem Copilot generiert und dann baut er mir hier in dieser Übersicht quasi diese sieben Textvorschläge für die Folien zusammen. Also er sagt hier, ich habe einmal den Bereich Einführung, Retrieval Augmented Generation und da gibt es Grundlagen und Vorteile und Anwendung. Das wird nachher entsprechend so sein, dass es immer eine Titelfolie gibt, also Abschnittsfolie und dann zwei über diese jeweiligen Themen basierende einzelne Folien. Hier sind es dreimal drin, das ist wechselhaft eingerichtet. Wenn mir davon was nicht gefällt, kann ich es hier löschen und kann dann hier über Plus auch nochmal ein neues Thema hinzufügen oder ein Thema ersetzen. Und ich kann auch die Reihenfolge verändern, indem ich hier per Drag und Drop einfach die verschiedenen Positionen hinterher schiebe. Aber alles, wie gesagt, was ich nicht machen kann, ich kann hier nicht reingehen und editieren, das geht nicht, sondern ich muss jetzt sagen, okay, das ist jetzt dein Vorschlag für die Gliederung, okay, mach mal. Dann klicke ich hier auf Folien generieren und jetzt baut er mir diese Folien jetzt hier zusammen. Und er wird jetzt nicht nur sieben Folien generieren, sondern, ich habe ja schon gesagt, Titelabschnittsfolien, Unterfolien, sondern er wird eine ganze Reihe von Folien, aber es wird über 20 Stück geben. Denn darin ist ja der Co-Pilot sowieso recht ordentlich, Struktur und Ordnung in Daten zu bringen und in Texte zu bringen. Und das kann er auch gut und das kann er auch hier ganz gut im PowerPoint mit sein. Und ihr seht schon, hier kommen schon die unterschiedlichen, ja, ich sage mal, Animationen. Hier wird ein Titel sein, wird mal Grafik, hier werden die entsprechenden Inhalte sein. Und siehe da, da habe ich jetzt meine komplette Präsentation mit insgesamt 23 Folien. Ich klicke mal hier unten auf beibehalten, weil ich die einfach mal so haben will. So, und ich habe jetzt hier die Abschnitte. Ich habe hier die Abschnittsüberschriftfolien und dann die entsprechenden Folien selber. Klicken wir mal hier rauf und gucken mal an, was hier drin steht. Ja, Schriftarten. Und dann im Hintergrund hat er sich jetzt auch Grafiken ausgedacht, die, ich sage mal, nicht perfekt sind. Aber, ich sage mal so, meistens trifft das gar nicht so verkehrt. Und natürlich ist der Text, der jetzt hier drin ist, aus meinen kleinen Überschriften, die ich da drin hatte, ist natürlich jetzt noch vom Co-Pilot mit Inhalten gefüttert worden, die ich mir jetzt natürlich alle angucken muss, ob die stimmen, ob das ist das, was ich sagen will. Es ist nicht falsch, es ist auch nicht perfekt. Und je nachdem, vermute ich, weil das Thema jetzt auch ein bisschen, da hätte ich wahrscheinlich noch zusätzliche Informationen mitgeben müssen. Aber es ist okay. Strukturierung und so weiter hilft mir schon mal sehr weit vor. So, das sind die einzelnen Abschnitte hier drin. Dann habe ich hier oben, wie gesagt, dieses Menü und könnte jetzt auch noch mal spezielle Fragen anstellen. Ich kann aber auch, und das wollen wir jetzt uns mal anschauen, noch ein Foto aufnehmen. Das funktioniert allerdings bei mir auf dem iPhone nicht, aber ich kann ein Dokument scannen. Und ich habe hier mal ein Stück Zeitschrift und nehme einfach mal einen Text hier aus der Zeitschrift raus. Und dann sage ich das Ganze auch noch sichern. Und dann, bing, kommt hier das, was ich gerade aus dieser Zeitung fotografiert habe, als Dokument, als Grafik in diesem Falle, in meine PowerPoint-Präsentation mit hinein. Dann, vielleicht noch ganz zum Schluss, wir gehen mal in den Folienmaster rein und sehen, der Folienmaster, das ist ja unser Unternehmensfolienmaster. Wenn ich jetzt hier generell mal für alles eine Änderung vornehmen möchte, dann kann ich hier natürlich mal die Schriftart ändern. Ich gehe mal hier auf den Abdos, mache die FED und damit wir es auch sehen, setzen wir die mal auf rot und schließen den Folienmaster mal wieder. Und siehe da, er ändert dann auch in meinen entsprechenden Folien hier die Überschriften nicht ganz perfekt. Bei den Zwischenüberschriften, da änderte er das nicht. Aber im Prinzip ja, also er respektiert schon auch die Folien. Und wenn ich hier raufgehe, seht ihr auch, er greift sich auch die entsprechenden Formatvorlagen heraus. Also das ist schon, also Folienvorlagen, Layoutvorlagen heraus, also das ist auch schon systemkonform, sodass man mit diesen Folien auch, sagen wir mal, noch weiterarbeiten kann, wenn man dann mal Design oder irgendwie für alle Folien ändern will. Aber letztlich als Übersicht, und da gucken wir jetzt nochmal rauf, eigentlich schon ein doch erheblicher Fortschritt. Also alle sehen hier zumindest erstmal gleich strukturiert aus. Ich habe ein einheitliches Design, ich habe hier überall Inhalte drin, die muss ich natürlich überarbeiten. Ich habe schon mal eine vernünftige Bildauswahl da drin. Und das für fünf Minuten Arbeit, erstmal gar nicht so verkehrt. Bessere Ergebnisse, inhaltliche Art, werde ich vermutlich dann bekommen, wenn ich vorher meine Folienstruktur beispielsweise in einem Word-Dokument ausgearbeitet habe, auch die Inhalte selber nochmal vorab ausgearbeitet habe. Denn dann wird sich der Co-Palette in PowerPoint darauf konzentrieren, aus den vorgegebenen Daten einfach nur schöne Folien zu machen und nicht noch an den Texten herumzuschreiben. So, probiert es aus. In meinem Tenant ist es vorhanden. Und wenn es in eurem Tenant vorhanden ist, probiert es einfach mal aus.